Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit mir, den Kabi. Wir sind hier mal noch auf dem Weg zurück. Ich weiß, ich wollte eigentlich das zwischendurch fertig machen, aber wir müssen ja noch die zwei Quests abnehmen. Ist mir gerade so nebenbei aufgefallen und vielleicht finden wir ja noch was unterwegs. Naja, warum sollte ich das alleine machen, ha? Vielleicht kriegen wir ja was vernünftiges. Nicht so ein Schrott. Obwohl, wir sind eigentlich ziemlich gut ausgestattet, Waffentechnisch-mäßig. Ich hab dich hier gesehen. Moment mal, da lang. Obwohl, wir haben hier noch blaue Waffen. Ja, ja, wir sind richtig gut ausgestattet, Kabi. Ja, ja. Alle klar. Frei-Körper-Kultur. So, Schmackes. Obwohl es jetzt kein Schmack ist, sind es eher abkack. Aber wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Es wird funktionieren, Leute. Es wird funktionieren. Pass auf, genau in der Mitte, dann setze ich mich fest. Oder auch nicht. Aber ich hab gesagt, es funktioniert. Ich weiß das jetzt nicht. Ich weiß das jetzt nicht. Es könnte sein. Alter, wir müssen uns wirklich mal, äh, so langsam den Rest der Quästen vornehmen, ne? Ich mach immer welche und dann mach ich das zu Ende und dann kommt immer mehr und, äh... Bisschen Papier. War ich hier schon? Also hier auf dem Berg noch nicht, aber... Alter, die Steuerung, die ist... Da kannst du dagegen lenken, äh, interessiert das Spiel nicht. Na ja... Ich dachte, das ist die Stadt, wo wir waren. Ich bin diesmal von der Bergseite. Oh, jetzt... Hä? Wollen wir rin? Die Spiegelgroschkabin. Das ist ne Wummfabrik. Äh, da lang. Ihr könnt es nicht lohnen. Und jetzt mit der Munition? Ich sag mal, wir sind ja so kurz nach der Runde. Kann ich doch eigentlich machen. Hm. Hab ich jetzt alles leer? Ach, wie doof. Nee, hast du nicht. Oh, Mann. Gut, ich sortiere das mal schnell ein. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Da hab ich den falschen Knopf gedrückt. Kann ja wohl mal passieren. So, die Magnum nimmt mich mit. Ich weiß ja nicht, was passiert. Es werden grausame Sachen passieren. Hundertprozentig. Warum nimm ich Steine mit? Äh, manchmal, äh, zwei Wege echt an mich selbst. Von wegen. Ja, sein Sicht ist ein Weg zur Besserung. Am Arsch. Am Arsch. Ach, Mensch. Nee, das muss ich mitnehmen. Hab ich jetzt mein Schmackofatz mit drin geschmissen? Oh, du Kaffee, du kommst mit. Nee, da ist es. Schmackofatz. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Gleich. Okay. Und das gleiche ist ungefähr jetzt. So. Gut. Ja, okay. Das muss für das Haus reichen. Warum tue ich sowas? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es interessant ist. Und das ist 14 Uhr. Äh, wir werden es nicht schaffen. Äh. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Wahrscheinlich schon. Warum frage ich sowas? Äh. Hahaha. Ich geh mal raus. Die Uhr? Ja. Oh, ja. Vielleicht mal ne Ordnungsschelle. Abgekriegt. Und das zurecht. Das zurecht. Musik zuheben. Ist meine Schuld gewesen? Hallo? Wartet jetzt alles? Ja, ja. Nehmen, das wird alles wahr. Hallo? Hallo, ich beklaue euch. Hm. Gut. Gut. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Weil, ich kam ja von da. Gut. Äh. Oh, lauter schöne Blumen. So. Das heißt, wir müssen jetzt da durch. Hätte ich kein Problem. Ich krieg das schon hin. Ich werde das mal reparieren, wa? Wer blöd, wenn das unterwegs passiert ist. Das ist, äh. Nicht akzeptabel. Gib dir den an. Ach, ja. Habt aber was anderes erwartet. Rind in die Kopf. Und weg. Äh. Ich muss, äh, die Flucht vergreifen. Weil, ich werde ihn wegschrauben. Geht das? Das geht besser, als ich gedacht hab. Okay, jetzt sind die zwei angepisst. Äh. Hoi. Ich bin's dir wohl. Mojens. Alter, da springen die mir ja vor der Flinte. Dit muss man auch erst mal hinkriehen. So, und die sind da. Genau, die sind nämlich. Vielleicht etwas ungehalten. Dit war doch noch nie alles. Oh. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich auch, dass hier irgendwo ein Raum denn ist. Hier mit, äh. Ach du Kacke. Okay. Gut. Äh. Krieg hin. Also. Ich versuch het. Äh. Also, ich meine, ich versuch het zu. Ich wies het nicht. Alter, was hat der für ein Nervensystem? Der ist hier mit komischem Fallen. Manchmal funktioniert das. Manchmal. Nicht immer. Okay. Aiming, it's coming. Vielleicht. Wenn ich Glück hab. Also, irgendwo sind sie gerade durchgebrochen. Ich wies aber nie, wo. Jetzt sollte mich mehr interessieren. Oh, hört doch mal damit auf. Wo ist denn der? Alter. Leute, macht's so, dass es geht. Oh, Alter. Das hört sich, äh. Verdächtig nah an. Okay. Gut. Pass her nicht. So nicht. 370 Schuss. Des Todes. Irgendwann. Oh. Oh. Ui, 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 ui. Lino Tuffy, hervorm Bönefeld. Hallo. Er ist meinst Knie schossen. Er sagt man vom... Oh, Alter. Ich bies. Also, ik hör die... irgendwo durchbrechen. Oh. Welche. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, ist so gut. Ich werde dieses Dingetzen irgendwie austauschen. Oh, Carbin, lasse es halt. So, mal, hatte ich nicht noch. Genau. Kommt her, Ian. Ja, ist so nötig da. Hm. Die Sau. Der neue Titel. Die Sau. Heute. In Armprogramm. Oh. So, jetzt dürfte ich alles, wo wir wegt haben, was hier in der Nähe rumkreucht und fleucht. Oh, ja. Alter, wir sind richtig weit gekommen. Also, bis jetzt. Hier, hat mal Luft. Ich wollte das eigentlich noch vor der Horde schaffen. Hab ich mir so gedacht. Jute Idee und so. Oh, Alter. Die Tür ist offen. Gut, ich kann immer hier verschwinden. Das ist auch schon mal was. Gut. Ich hab'n neuen Fluchtweg. Es flüchtet. Er flüchtet. Oh, Alter. Ich hör' das überall. Kloppen und knallen und knallen. Ich hab' da ein bisschen Angst. Gut, hier bin ich sicher. Hier bin ich auch. Hab' ich jetzt schon wieder einen Holzspeer gekriegt? Ich krieg'n Holzspeer. Sag mal, hallo? Waffenfabrik? Steinzeit oder wat? Ich hör' sich an wie ein Laufhorde. Die sind sich aber noch nicht so ganz, äh, schalüssig, wo sie hinwollen. Entschuldigung. Reusbar, Reusbar. Ich glaub, ich sollte mal rausgehen, um das zu klären. Die sind hier irgendwo an der Seite. Warte mal, das müssen wir jetzt mal. Wenn das Nacht ist und die kommen, ist das Kacke. Hallo? Wo sind sie? Wer? Wer hat diese Triller rausgeschafft? Würden sie mal bitte aufhören? Genau. Ganz meine Worte. Was für ne Sau. So. Jetzt können wir da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und der Tutor ist, ich hab' wieder vergessen, die Uhr zu drücken. Also, es könnte ein bisschen sein, dass es vielleicht fünf oder zehn Minuten überlängend sind. Ich rechne mal, dass wir jetzt gerade so ungefähr zehn Minuten benutzt haben. Äh, wahrscheinlich werden wir 15 oder 20 Minuten haben. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. What the fuck? Na toll. Ich hab' ne Sackgasse gefunden. Hallo? Wo wollen sie da hin? Das geht so nicht. Ich seh' die Mutti-Zone schwingen, äh, schwindeln, mein Digga. Schwingen. Schwingen. Jo, die Klub hier können wir wieder zurück. Hier ist ne Schmäh, wa? Hallo? Gut. Ach, jetzt kann ich mich auch erinnern, was das hier ist. Nicht das, äh, mit den Örweg? Wo ich mich ein bisschen verlofen hatte. Also, minimal. Ich glaub ja. Wo ist das hier? Da sitzt schon mal einer. Moment mal. Hm. Ich hatte doch was mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Ich weiß, das ist ne dumme Idee. Und warum probier ich das denn? Schön nah. Also, wie war das nochmal? Ziehen? Das war jetzt nicht so, wie das mir erhofft hat. Jetzt, äh, wisst ihr uns, warum ich die Kacke finde. Ups. Ich geh mal auf der anderen Seite des Tisches. Ich fahr mit nicht. Ich bin zu schwer. Warum? Ich versteh das nicht. Das Spiel ist mir manchmal ein bisschen suspekt. Also, manchmal, also, wenn das so anvisieren bleiben tut, kann ich eh springen. So. Rennen denn aber doch. Und dann kann er doch. Äh, ich verstehe das manchmal nicht. Also, warum... Warum diskutieren... Äh, diskutieren ist auch falsch. Ich wollte eigentlich bloß sagen, warum reden wir darüber? Das ist Kacke und dabei bleibt das. Aber echt, äh, geht doch nicht. So, ich werd mal wieder wegpacken. Ich hab nämlich gerade so überlegt, das ist doch nicht so eine üte Idee. Kommt, ihr Kackers! Sag mal, hier Zombies und so, äh... Das müsste eigentlich besser funktionieren, wa? Abstand und so. Eine Armlänge Abstand. Hallo? Lassen Sie das bitte? Ich krieg ein Messer. Wo ist denn der? Jetzt machen wir doch ein bisschen mehr, äh, saum als vorher. Aber hey. Ich geh mal runter. Vielleicht haben sie... Vielleicht vergessen sie's ja, Willa. Seht ihr? Er sagt, oh, ja, ja. Halt gut. Oh! Ausprobieren. Hä? Ja. So, ich werd das jetzt ausprobieren. Und wenn das letzte ist. Guck mal her. Interessiert ihn. Er kann sich trotzdem noch wehren. Das ist Kacke. Das gefällt mir nicht. War ne dumme Idee. Ja, hallo. Dürfte ich sie an die Bege titten? Das hat doch nicht so viel wiedergegangen. Ihr müsst nur freier gewesen sein. Hier kommen sie bestimmt nie hoch. Ich sollte meine Klappe halten. Ja, warte mal kurz. Ja. Bye-bye. Munition. Es ist vorbei. Okay. Aber die Punkte. Ich versteh das nicht. Ich hatte doch nie alles so weit aufgeräumt gehabt. Die Klappen sind nicht von drinnen, von draußen, von überall. Ey. Warte mal kurz. Oh, nee. Oh, nee. Ich versteck mich hier hinter. Vielleicht rennt es an mir vorbei. Ich wusste das. Ich wusste das war keine gute Idee. Ich gehe hier lang oder dann sitze ich mich nicht? Ich mache hier einfach die Tür zu. Haha. Komm klar mit, Baby. Die hat die Tür gefunden. Ich kriege noch diese. Wie hat sie denn das gemacht? Die finden doch sonst nisch. Ich kann doch nie wahr sein. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Aber ich musste das ja tun. Ey, man muss das nicht, was da drin ist. Oder so. Das ist doch schon wieder eine. Hier ist noch eine Schreitusse. Was ist denn noch? Äh. Das sind zwei Schreitussen. Ich kriege eine Krise. Aber irgendwie finde ich okay. Wollt ihr mich jetzt hier sehen? Äh, jetzt ist sie da. Ich glaube, die hat uns gefunden. Ich lad mal nach. Sag mal, wenn die jetzt da versucht, durchzubrechen. Aber sie schafft es nicht. Ich da ist sie einfach weg. Das hört sich falsch an. Wir haben Zeit. Jetzt können wir die paar Sekunden aufwarten. Oh, Mädel. Ich komm zu ihr. Jetzt sind's wehe. Jetzt sind die Twinswillige. Es wird nie ein Ende nehmen. Ist euch klar, wahr? Wir haben die Pondor-Müchse geöffnet und so. Ich will das jetzt hier zumachen. Oh, oh. Nee, komm. Wir haben uns nicht ausgesucht. Jetzt müssen wir da auch durch. Ich muss nachladen. Lass mich durch in den Arzt. Hallo. Schönen guten Abend. Immer durchatmen. Alle die. Ist nichts passiert. Ich stehe noch hinter mir. Ich bin fest. Yep. Yep. Moins. Ich bin der Kabin und fahrtackig ständig. Ich bin meine Devise. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Oh. Und ich glaube, das ist so ernst dringend an mir, äh... gesagt. Wohl. Also irgendwie habe ich nicht so viel, dass sie weniger Zombies wären. Yep. Noch eine Schreifusse. Und Tschüss. Ich kann nicht einsteigen. Warum nicht? Ich habe nicht nachgeladen. Ich kann auch nicht mehr rennen. Ich habe keine Munition mehr. Oh, jetzt. Schönen guten Tag. Schaue ich jetzt? Ich habe es geschafft, innerhalb von eine Feuer die ganze Munition zu verschwenden. Das ist keine Jütefolie. Also, ja, schon eine Jütefolie, aber, äh... Ja, wirst du mich schon verloren? Äh, gut. Okay, ich lasse sie mal kurz machen. Ich glaube, es ist Zeit, um nach Hause zu fahren. Alter, weiter. Ja, okay, wenn, äh, drei, vier Schreithusse, äh, hast du erst mal Party. Dann ist erst mal Tschüss. Ich komme wieder. Ja, okay, 18 Uhr. Dann würden sie jetzt anfangen zu rennen. Das ist nicht gut. Denn noch nur Schreithusse, Alter. Okay, ich muss zu jedem zum Schluss, da waren keine kontrollierten Schüsse, da war, einfach bloß drüber halten. Also, wie immer. Aber, man wird es nur machen. Treffen, Kabi. Treffen. So, dafür musst du jetzt leiden. Gut, also. Jetzt ist aber der Dumme, ich habe jetzt, so nebenbei, die Munition verbraucht, die ich eigentlich gebrauchen würde, für die Schütztürme, ne? Ich glaube, ja. Da war was. Ja, ich habe gerade die Munition für die Schütztürme verbraucht. Wird euch wahrscheinlich schon letzter Feuer aufgefallen sein? Aber hey, ich hab's doch. Die Stadt, die ist wirklich ziemlich groß. Okay, das heißt, Munition holen und dennoch mal zurück. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werden wir nochmal zurückkommen. Also, aber erstmal müssen wir gucken, wenn wir das auf die Base sicher machen. Aber wir kommen zurück, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass dann die Schreithusten weg sind. Ja, lass mich in Ruhe, ich habe ja jetzt andere Probleme. Das ist quasi heute ein taktischer Rückzug gewesen. Wenn ihr gerade mitgekriegt, ohne Munition, ist da kein Durchkommen. Aber wir fahren aber auch auf Ema, wa? Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, vielleicht hätte ich eben, äh, kontrolliert er geschossen und nicht so im Kopf und nicht auf den Bauch. Hätte ich vielleicht 1,2 Zombies mehr mitgekriegt, aber naja. Ist ja nicht so, dass wir das Spiel schon 200 Jahre spielen. Da kriegen wir es auch vor. Naja. Aber ich lebe noch. Bin nicht gestorben. Ist ja nicht so weit von zu Hause entfernt. Okay. Gut, also Base sichern. Echt jetzt? Also, die Base sichern, denn, äh, dann machen wir den Fluch unten fertig. So. Hier, den Weg hier werden wir fertig machen und dann werden wir nochmal los. so, ich will darin, ich will jetzt, das ist, äh, das ist jetzt ein Ding zwischen mir und das Haus. Und das nehme ich persönlich. Oh, ja. Also, Leute, ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, trotz diesem Rückzug. Äh, wie gesagt, das ist ein taktischer Rückzug, den muss ich machen, weil sonst tot. Und wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Sag mal, das wenigstens ist schon fertig. So. Gut, Leute, also, bis deine, Tschüss.